Die erste Generation Aus dem formlosen Chaos entsprangen zwei Schöpfungen, Erebus und Nyx. Erebus war die Dunkelheit, Nyx die Nacht. Er und sie vereinigten sich auf der Stelle. Und die leuchtenden Früchte dieser Vereinigung waren Hemera, Tag und Äther, Licht. Zur gleichen Zeit, denn alles muss gleichzeitig passieren, bis die Zeit die einzelnen Ereignisse trennt, brachte das Chaos noch zwei weitere Gebilde hervor. Gaia, die Erde, und Tartaros, die Unterwelt. Ich kann mir vorstellen, was sie jetzt denken. Diese Schöpfungen hören sich ganz charmant an. Tag, Nacht, Licht, Unterwelt. Aber es handelt sich nicht um Götter und Göttinnen, nicht einmal um Lebewesen. Und es ist ihnen vielleicht auch aufgefallen, dass es ohne die Zeit keine dramatische Erzählung geben kann. Keine Geschichten. Denn Geschichten bestehen aus Es war einmal und Was passierte dann. Damit liegen sie ziemlich richtig. Was sich zuerst aus dem Chaos entwickelte, waren grundlegende ursprüngliche Prinzipien, die noch keinerlei Farbe besaßen, keinen Charakter, keine Bedeutung. Es waren die primordialen Gottheiten, die Erstausgabe göttlicher Wesen, denen all die Götter, Helden und Monster der griechischen Mythen entspringen. Sie brüteten in Wartestellung vor sich hin. Die stille Leere dieser Welt wurde gefüllt, als Gaia ganz allein zwei Söhne gebar. Der Trick der jungfräulichen Geburt, die Parthogenese, lässt sich in der Natur auch heute noch beobachten. Für Blattläuse, Echsen und sogar Haie ist es nicht ungewöhnlich, sich auf diese Art fortzupflanzen. Sie bringt allerdings nicht die Vielfalt hervor, wie sie durch zwei Sätze von Genen ermöglicht wird. Genauso verhält es sich mit dem Ursprung der griechischen Götter. Die interessantesten von ihnen sind allesamt die Frucht zweier Elternteile, nicht nur eines. Der erste Sohn war Pontos, das Meer, und der zweite Uranus, der Himmel. Himera und Äther vermehrten sich ebenfalls, und aus ihrer Vereinigung entstand Thalassa, der weibliche Gegenpart zu Pontos, dem Meer. Uranus war der Himmel und das Firmament in dem Sinn, wie ganz zu Anfang die primordialen Gottheiten immer die Dinge waren, über die sie herrschten und die sie repräsentierten. Und tatsächlich ist Uranus bis heute das griechische Wort für Himmel. Man könnte sagen, Gaia war die Erde, war Hügel, Täler, Höhlen und Berge, aber auch dazu fähig, sich eine Form zu geben, die gehen und sprechen konnte. Die Wolken vom Himmel des Uranus jagten und zogen über sie hinweg, aber sie waren ebenfalls in der Lage, sich in einer Form zusammenzuballen, die wir wiedererkennen könnten. Das Leben hatte gerade erst begonnen. Sehr wenig war festgelegt.